Grüß Gott in der Erlebnis-Oase Steuere, in den Schaugärten von Natur im Garten Wien. Wir haben jetzt März und da ist es ganz wichtig, dass wir den Rasen, die Wiese wieder in Schuss bringen, auf Vordermann. Und jetzt wäre es wichtig, dass vertikodiert wird, das heißt alte Rasenteile aus der Fläche hinaus bekommt, wieder Luft hinein und organische Düngung. Und dann ist es heuer so, dass teilweise braune Flecken im Rasen sind. Und da gibt es viele Tipps, um das wieder wegzubekommen und was man dagegen unternimmt. Am kommenden Freitag haben wir hier Workshop und da geht es um die wichtigen Frühjahrsarbeiten. Und Sie sind herzlich willkommen um 17 Uhr und bitte anmelden in der Homepage von Natur im Garten Wien. Führt Gott!